Ach, wohin springt der denn? Am Arsch, ey! Boah, Gott, ey, das geht mir jetzt schon wieder hier auf den Sack. Das war ein Fehler, hier runter zu gehen. Och, Mann, ey. Weißt du, das ist schon wieder so beschissen hier. So, hier lang und rüber und rüber und runter. Och, komm, dann hab ich nicht gedrückt, du kleine Schlampe. Fick dich doch in den Arsch, ey. Meine Fresse nochmal, das darf nicht wahr sein, ne? Ja, 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 nach hinten springen, zack, hier hoch, zack, darüber und los und... So, runter. Ja, so geht's, okay. Zack. Und, oh ja, sehr schön. Wenn das jetzt irgendwie hier nichts gebracht haben sollte, ne? Ah! Ich glaube, jawoll, ja. Was hat das jetzt gebracht? Egal, ich geh da einfach mal weiter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vielleicht ist dahinter ja jetzt mal so ein Ausgang oder sowas. Nein. Jawoll! Haben wir hier tatsächlich was entdeckt. Frage ist nur, müssen wir jetzt hier... Oh Gott, ey. Ach so, ist so eine Art Fahrstuhl. Da kann ich wieder nur von der anderen Seite, oder was? Ach, Mensch. Jetzt können wir nochmal. Das ist hier aber auch, dass das auch nicht einfach sein kann. Einfach nur, jawoll, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, sowas geht natürlich jetzt wieder nicht hier. Ja, meine Fresse. Ja, ist ja gut, Connor. Rüber da mit dir. Hoch da mit dir. Ach, da kann er jetzt wieder nicht hoch, oder was? Aber hier, oder? Meine Fresse nochmal. Das geht mir hier schon wieder alles auf die Eier. Ich will jetzt hier einfach nur raus. Ja, und was bringt mir jetzt, das hier hochzuklettern? Ach so, da kann er einfach mal so rüberspringen. Okay. Und was bringt mir das? Oh, nicht wirklich was. Super, ey. Das war ja mal richtig stumpf. Gut, dann will ich jetzt mal wissen. Ah ja, klar. Muss ich wieder von oben ran. Ach so, das wäre hier der Weg übers Wasser, oder was? Ach du Scheiß. Und es geht immer noch weiter. Oder kann man so... Verdammt, ey. Ich will hier raus. Okay. Ah, macht Sinn. Und so brauche ich eine Art Durchgang hier. Okay, ist ganz cool, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, als würde das hier nichts bringen. Nein. Auch mit Laternen kann die kleine Pimmelnase hier nicht springen, oder was? Ja, schon klar. Ach, komm. Ach, Mann, ey. Ist das so schwer? Alter, diese Kameraeinstellung manchmal, nein. Nein. Jawohl. Sehr schön. So. Haben wir das hier auch. Gehen wir mal weiter. Und hoffen, dass wir hier jetzt endlich mal was finden. Boah, ey. Ich muss nochmal kurz... Alter, ja, genau. Und schon wieder eine Weggabelung. Yay. Wenigstens ein kurzer Sprint. Nee. Bitte lass hier bald mal... Ne Sackgasse. Klasse. Na, da ist ein Pfeil. Das ist schon mal sehr gut. Hier war ich noch nicht. Alter, wie sicher das hier alles aussieht, ne? So richtig Neubau. Oh, Mann, ey. Das war eine Scheißidee. Wieso habt ihr das zugelassen? Fick doch die. Was auch immer. Ja, jetzt setzt die Laterne noch ab. Jetzt gerade bin ich wieder so in so einer Phase, wo mich jede Kleinigkeit aufregen wird. Ja, was haben wir denn hier? Richten Sie... Richten Sie die Bilder aus. Okay, Moment. Die Krone kommt auf jeden Fall ganz nach oben. Würde ich jetzt mal behaupten. Moment. Ah, verdammt. Ja, ja. Umschalten. Leertaste. Ach so. Ah, ja. Ist ja gut. Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt machen sollte hier. Von den Meistern, Aufsehern, Gesellen und Lehrlingen. Hinweis dazu, wie das Gerät funktioniert, sind im Text versteckt. Alter, jetzt muss ich lesen hier. Ah. Logbuch. Buch. Okay, warum kann ich das nicht ansehen? Inventar. Ne. Wie war denn das noch gleich? Hier mit dem Text. Escape, ne? Ja. Ja, und wo ist der Text bitte? Hier? Neueste Einträge. Oh, klasse, ey. Oh, klasse, ey. Meine Fresse nochmal. Durch das allsehende Auge gesehen. Wie vom Doppelkopf auf eine der Bruderschaft eigentümliche Adler, wie die vom Doppelköpfigen Adler des Ostens, Osten, also rechts. Der den moralischen Standard des Rechts, der den moralischen Standard des Rechten eines Königs genügt. Also dann König. Und von allen Mauern unter der Aufsicht der Bruderschaft, okay. Alter Schwede, ich hab keine Ahnung. So, also. Der Adler kommt nach Osten. Bruderschaft. Moment. Sondern nach einem Verdienst erwählt, wie von oben durch das allsehende Auge gesehen. Auge nach oben, okay. Es ist unmöglich, dies schriftlich auszudrücken. Jeder Bruder muss sich auf seinem Posten einfinden und diese Dinge auf eine der Bruderschaft eigentümliche Art erlernen. Wie vom Doppelköpfigen Adler des Ostens erlassen. Und Rechten eines Königs. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf das Recht bezogen ist oder auf die Seite rechts, dass das so doppelt gedingst ist. Unter der Aufsicht der Bruderschaft. Okay. Nein! Oh, verdammt, ey. Scheiße, ey. Ja, das kann noch ein klein wenig dauern. Wieso ist das denn jetzt schon wieder vertauscht? So, der Adler. Das kommt nach oben. Der Adler kommt nach Osten. Bruderschaft. So würde ich eigentlich sagen. Aber vielleicht. Versuchen wir das einfach mal hier. Adler des Ostens. Oh, wie war das noch? Westen ist ja links. Eigentlich, ne? Und Adler des Ostens. Also eigentlich ja dann rechts. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich hier jetzt so das Rätsel nicht hinkriege. Ah, Moment. Ach, halt doch die Fresse, ey. Ich muss mal kurz hier gucken. Wo ist denn hier auf der Karte Norden? Hm. Hm. Okay. Mal angenommen, das ist so gemeint. Da müsste theoretisch... Äh. Alter, was ist denn das für ein verkackter Scheiß hier schon wieder? Das geht mir schon wieder total auf den Piss. Hinweise anzeigen. Aller Vorzug unter Maurern gründet sich allein auf wahrem Wert und persönlichen Verdienst. Damit die Bauherren wohl bedient, die Brüder nicht beschämt werden und die königliche Kunst nicht in Verachtung gerate. Daher wird kein Meister oder Aufseher nach seinem Alter, sondern nach seinem Verdienst erwählt, wie von oben durch das allsehende Auge gesehen. Das Auge nach oben. Es ist unmöglich, dies schriftlich auszudrücken. Jeder Bruder muss sich auf seinen Posten einfinden und diese Dinge auf eine der Bruderschaft eigentümliche Art erlernen. Wie vom doppelköpfigen Adler des Ostens erlassen. Adler nach rechts. Nur das mögen Bewerbern wissen, dass kein Meister einen Lehrling annehmen darf, wenn er nicht hinlängliche Arbeit für ihn hat und solcher ein vollkommener Jüngling ist. Ohne körperliche Mängel und Gebrechen, welche ihn unfähig machen könnten, die Kunst zu erlernen. Dem Bauherrn seines Meisters zu dienen und zum Bruder der den moralischen Standards und Rechten eines Königs. Damit ist die Krone gemeint. Genügt. In gehöriger Zeit zum Gesellen aufgenommen zu werden, nachdem er die Anzahl Jahre gedient hat. Welche Gewohnheit seines Landes vorschreibt und dass er von ehrlichen Eltern geboren sein muss. Damit er, wenn er sonst dazu taugt, zu der Ehre gelangen könnte, Aufseher und darauf Meister der Loge, dann Großaufseher und endlich seinen Verdiensten gemäß Großmeister aller Logen zu werden.